deswegen funktioniert wunderbar ich muss allerdings ein bisschen tricksen wieso das weil diese receiver nicht kompatibel sind mit naja mit windows 10 eigentlich unmöglich also muss man komplett manuell einstellen also wie gesagt dass das match läuft ich bin gerade selbst eine runde von was ich mach doch demnächst ja ein paar weinigen aufnahmen alles also direkt und ich habe so lange nicht mehr spiele sehen wir mal kurz wieder reinkommen es war immer lustig leuten beim verkacken zuzusehen aber ich will ja junge du ich lauf hier gerade live du musst ja nicht über sowas reden natürlich habe ich das ding mehr oder weniger sporadisch angemacht weil ich dachte du guckst du wolltest kurz zu gucken bei dem match oder so aber das ist trotzdem in dem moment live stream das ist richtig und in vielen situationen haben diese reihen auch unterschiedliche effekte das eine ist eine normale reihe das andere ist eine schatten reihe das bedeutet die leute sind dann in dem moment in der ersten runde nachdem du sie gespielt hast versteckt also sind zwar für für zauberanfällig aber unangreifbar außerdem gibt es zu er dann gibt es zum beispiel auch in den verschiedenen arenen die möglichkeit also gibt es dann verschiedene zufällige effekte zum beispiel dass in einer reihe monster die ins feld kommen sofort mit irgendwelchen zufälligen gegenständen ausgerüstet werden oder 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 lustig durchaus suchtfahrt das war ein fehler von dir was gibt es nur für typen wer hier sagt guck einfach rein wenn ich das jetzt hier alles erkläre dann hätte ich auch einfach eins von meinen tutorial videos die jetzt zeigen können um du bist ein wächter aber dich kriege ich jetzt klein und das spielst du oben das weiß ich so wie ich hier sehe nun das ist richtig ich bin zu allem bereit einmal lupen und wieder ein wächter ne 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 es geht nur darum dass die gegner hat gerade wächter beschworen so dann machen wir das jetzt am besten das ding hat vier life points in dein gesicht mein freund in dein gesicht mein freund oh gott wenn ich jetzt dann gleich rehada spiele und den ausrüsten kann tut das so richtig weh in der übernächsten runde der ist dann bei fucking 12 7 das ist krass ne 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 Hm, du wirst auf 5. Hast aber 3 Attack. Schwierig. Ich könnte dich jetzt mit dem hier überrennen, aber dann verliert mein Rihada ein anderes Punkt. Hm, scheiß drauf. Ja, dann ist er leider nicht bei 10-7, sondern nur bei 9-7. Ihr könnt uns nicht besiegen. Meine Klauen sind schab auf Durstich. Los am Wettbewerb. Notfall. Hey. Hey. Für Blut und Glaube Kommt schon Also wenn ihr meinen Rihada jetzt nicht irgendwie sofort tötet Oder deinen richtig starken Wächter hinlegt Müsste er platt sein Und gut luck Okay, du hast noch einen Magiker Okay, hab gewonnen Wir tanzen in den Flapper und da verfluche euch Für Blut und Glaube Sieg Ähm, Tino? Hier Immer noch, das war schon ewig her Moment, stelle ich ab Ja, ja, mach den Seiten Oh, was hab ich denn da bekommen Sägen von Blattwasser Gib eine Kreative Plus 1 Plus 1 Wenn du Gesundheit erhältst Hier Sägen von Blattwasser aus deinem Ablagestapel Ah, dachte ich das Nice Hammer gleich Der Host Modus ist beendet Ach, willst du jetzt eine Runde zugucken oder was? Na, noch kurz Das dauert hier ehrlich gesagt nie sehr lange ein Spiel zu finden Ein paar Sekunden, dann hast du einen Gegner Siehste, vier Sekunden, Gegner da Die Hand behalte ich sogar Das waren fünf Sekunden, keine vier Das ist schön für dich Hat sowieso so einen schönen, alter, tümlichen Touch Ach, dich hätte ich jetzt nicht gebrauchen können Na gut Ich geb erst mal ab Ihhh, das ist ungünstig Das versaut mit das, was ich gerade vorhatte Nee, nicht wirklich schlimm, nur nervig Hm Das könnte Für Glanz und Gedärme Oh, bitte nicht Gott sei Dank Ach, durch die Mana Durch das Elixier da unten kriegst du extra Mana Ähm, im Grunde ist es so Einer fängt an Derjenige, der anfängt Zieht vier Karten und hat einen Magiker Derjenige, der nicht anfängt Zieht erst mal nur drei Karten Und bekommt dafür dieses Magiker-Elixier Das bedeutet, im Grunde bist du theoretisch Wenn du nicht anfängst, im Vorteil Naja, ich verstehe schon Wie du hast du uns halt auch Ähm, wen ruf ich da? Wir tanzen in den Pflanzen Weg mit deiner verkackten Verstärkung Ist das der Effekt durch die Waffe gewesen? Das war der Effekt von meinem Bogen, genau Hier, warte, warte, warte Ähm, da Knochenbogen Plus eins, plus null Und lass eine andere Kreatur verstummen Verstummen bedeutet, alle Verstärkungen verschwinden Und, ähm, ihr Effekt Welchen auch immer sie auf dem Feld hat Verschwindet auch Ne? Wer könnt ihr nicht? The Hero Okay Ein Krummsäbel ist noch mehr dabei Das ist schon mal nicht übel Ähm Erhitzen wir mal die Gemüse Ups, kein Wächter mehr Blut und Dornen Bitte seid dumm genug, ihn anzugreifen Das würde mich so freuen Jetzt nicht mehr Schade Ha, dich kann ich nächste Runde spielen Die Runde sieht mal nicht so gut für mich aus Der Kerl spielt auch noch ein ähnliches Deck Wie ich Kommt mir das nur so vor Oder ist Abort eine kleine Hättest du das jetzt nicht negiert Gestunt Jawoll Sehr schön Proben Warten Ähm Was Ganz einfach Das hier Damit habe ich erstmal sein Feld so ein bisschen ausgedünnt Und jetzt habe ich nur noch sehr sehr teure Karten auf der Hand Und das ist zum kurzen War das ein Molotow, den du da gerade geschmissen hast? Ja So ein Echtzeit Das kann doch wohl nicht wahr sein Wie viel Pech muss man haben? Warum? Er spielt eine Karte, die einen extrem starken Effekt hat, wenn er Glück hat Hatte er offensichtlich nicht Aha Weißt du, was ich jetzt mache? Lies dir mal die Karte durch Die ist richtig böse Ja Gleich Nein, 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 nein Nein, nein, nein Ja, ich klaue dem Karten Ich habe ihm gerade den Stahlsäbel gezogen Also, hast du ihm geklaut? Ja Was für dich natürlich noch sehr praktisch ist Mhm Weil du noch Weil du nur 1, 2, 3 nutzen könntest Der Mistsack Was denn? Er hat gerade den bösen Drehorg gespielt Und mir meine Unterstützungskarte zerstört Hm Okay, jetzt wird es kompliziert Sieht echt schlecht für mich aus Du hast einen Schutzzauber Du hast tödlich Das geht mir beim Arsch vorbei Weil ich wenn dann sowieso Kamikaze-Angriff mache Ich habe 8 Magikar Ha Ich würde zwar gerne den Riesen spielen Das wäre aber dumm Nichts Die denken Ich würde manchmal auch stärken Ich würde euch an dem B Produk Und stecken Verdammt, ich habe gerade versehen, ich meine eigene Kreatur zerstört. Ich wollte auch auf seine zielen. Ich wollte auf seine zielen, ich habe zu früh geklickt, das war fucking scheiße, der feiert gerade innerlich tierisch. Eure Stimmen brauchen wir nicht, ihr enthofft mir nicht. Wunderbar. Du bist tot. Sowas von tot. Gut, ein bisschen. Warum erinnert mich das ein bisschen an, wie hieß es damals, ähm, Dulemonster? Ach, das war jetzt einfach nur zum Kotzen. Immerhin hat er sich entschuldigt. Er hat gesehen, dass ich daneben geklickt habe. Man kann aber halt nicht einfach aus Rücksicht seinen Zug irgendwie zurücknehmen. Das geht hier in dem Spiel nicht. Oh, warte mal, ich bin ein Level abgegangen. Eine meiner Karten entwickelt sich weiter. Ja, schau. Wie Karten entwickeln? Ähm, es gibt Karten, die haben so einen grünen Pfeil nach oben. Ach, cool. Und da bekommst du dann halt... Aber Tatsache, jetzt habe ich zum Beispiel bei Paypal deins stehen, jetzt steht bei mir 19,95, aber als E-Mail steht 20,69. Krass, über 70 Cent in dem Moment. Krass. Ey, ohne Scheiß, ich will, wenn ich jetzt mal wirklich Leute wie Gronk beziehe oder PewDiePie, die bei Streams mal so 1500 oder noch mehr Donates eiskalt bekommen. Ey, Paypal sitzt doch da da und den Linken. Ja, na klar. Wie ich es doch hasse. Neues Handy, schwacher Akku. Hast du die Beins jetzt? Ach, nur eine China-Marke. Das Ding heißt Blackview. Ha, die Hand ist geil. Die Hand ist so geil. Dann wünsche ich dir aber auch viel Spaß, weil ich... Guck das eine Spiel noch kurz zu Ende. Okay. Tino? Ja. Bei deinem Livestream sehe ich hier unten dein Zeug, FPS und zwei Pfeffer. Ja, das ist Absicht. Achso. Warum? Weil sich viele gefragt haben, wie viel FPS ich habe. Achso. Okay. Ha, nice. Ja, Assassinenbogen oder wie? Nein, das Ahornschild. Ahornschild? Bei den Feuern von Alduin. Ich sehe nichts vom Ahornschild. Ah, da. Sehe ich richtig noch kurz zu Ende? Genau, das kostet Null. Was glaubst du, warum es so geil ist? Ja. Dann sei mal doof auf den Kollegen. Oder hebst du dir auf. Zeit für den Kamm. Ich reite wie der Wind. Talos! Angriff! Ich habe es für jemanden benutzt, der es viel besser nutzen kann. Mein Rihada Reiter. Achso, wenn er ein Schild kriegt... Nein! Wenn er Rihada Reiter hält, 3-0 und durchbrechen, solange er einen Gegenstand ausgerüstet hat. Dann sag ich doch, wenn er ausgerüstet ist. Naja, weil du sagst, er ist ein Schild kriegt. Es ist scheißegal, was für ein Gegenstand er kriegt. Ja. Und kleine Versprecher meinerseits. Ich bin zu allem bereit. Für Glanz und Gedärme. Sehr schön. Na komm. Komm. Greif mich an. Rinnen, Mann. Ich kann es vertragen. Hoppla. Süß. So. Dann hauen wir nochmal da drauf. Also geben wir ihm erstmal den Bogen. Der Hoppla geht da rüber. Für Blut und Glaube. Für Blut und Glaube. Das Tolle an dem Bogen ist nämlich, dass mein Rihada danach wieder in Stealth geht. Für eine Runde. Gut. Und dadurch, dass er ein Durchbrechen hat, kann ich ihm gleich noch einen Bogen geben, sie killen und dabei fast vollen Damage machen, weil sie nur einen Def-Punkt hat. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Das ist schön, dass du eine Ersatzklinge in deinem Stiefel hast. Oh. Er hat den Trick durchschaut. Komm. Immer drauf da. Rinnen, Mann. Ich brauche das. Der Riese. Sehr schön. Sweet. Für Blut und Glaube. Für Blut und Glaube. Für Blut und Glaube. Für Blut und Glaube. Äh. Werden sich Blut sein auf den Großen zuzustellen? Äh. Wie soll ich mit meinem Hoppla? Den da zerstören? Ähm. Ich war jetzt noch bei deinem Molotov-Kottel. Du hast ja Latenz und so. Ja. Die hast du auch. Jeder hat die. Kommt drauf an, was ich spiele bei. Bei den zum Beispiel gar keine Latenz. Doch. Auch da. Es gibt keinen Fall live, weil es erstmal bei YouTube eingebaut wird. Also angezeigt werden muss. Bei YouTube? Äh. Bei Twitch. Verdammt. Er hat einen Ryder gekillt. Don't care. Süß. Vollidiot. Warum ist er dann gleich ein Vollidiot? Weil er mit dem Molotov-Kottel eine der stärksten Karten auf mich geworfen hat, anstatt auf eine meiner Kreaturen. Ah. Gut, das stimmt. Für Blanz und Gedärme! Für Blanz und Gedärme! Für Blanz und Gedärme! Die Molotov-Dinger würde ich mir immer aufheben, für den Fall, falls ich am Arsch bin. Eben. Du weißt ja nie, was der Gegner in der Hinterhand hat. So sieht's aus. Das reicht noch nicht, um ihn zu töten. Einen Schadenspunkt brauchst du noch. Ich höre den Ruf des Wolves! Der ist immer noch versteckt. Du kannst ihn nicht angreifen. Gewonnen! Einfach weil ich's kann. Ossen? Er hat noch vier Lebenspunkte. Wie mache ich das? Ach was soll's, ich hau ihn einfach direkt aufs Maul. Ich hätte noch genug Zeug auf der Hand gehabt, um irgendwelchen fiesen Schaden anzurichten. Einfach Uferschnauze. Genell. Hast du das gerade ernst gemeint? Was? Bei dem gut gespielt. Er hat sein Bestes gegeben. Ich bin der Meinung, man sollte denjenigen halt immer noch so ein bisschen Mut sprechen. Ich meine, ich verliere auch recht häufig und wenn der Gegner im Endeffekt sowas wie Anerkennung gibt, dann baut einen das ein bisschen auf. Oh, ich seh das jetzt schon dran. Man muss ja nicht gleich wieder die komplett giftige Community haben, abgesehen davon, Gott sei Dank gibt's in dem Spiel keinen Chat. Hm? Ich sagte, Gott sei Dank gibt's in dem Spiel keinen Chat. Hm? Ich meine, die Flamerei, die man sich sonst geben müsste, zeitweise. Will man das wissen? Nein. Willkommen! Wir scheinen gerade beide nicht die beste Hand zu haben. Kann diese Töle da draußen auch mal ruhig sein? Bisschen nicht so, dass mein Kind schlafen soll. Apropos wo wir gerade mal dabei sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Er hat die ernsthaft in der Position gewektelt. Jetzt werdet ihr sterben! Wie auch immer du darauf kommst. Für das Grün! Meine Pfeile werden ihr Ziel trennen. Na dann, zeig mal was da ist, mein Freund. Nervig. Sehr schön. Echt jetzt? Du hättest nochmal angreifen können. Erhitzen wir mal die Gemüte. Khajiit findet einen Weg hinein. Ich rufe selber. Ich rufe immer wieder. Ich rufe selber. Hmm. Es ist genug für alle da. Ich füte euch an Ort und Stelle. Die Runde sieht nicht so gut für mich aus. Shit. Ah, fuck. Zeit für den Kappen. Bei den Feuern von Alduin. Gut gespielt. Das Ding habe ich verloren. Gut gespielt. Jetzt werdet ihr sterben. Ich bin besiegt. Nie zieht man Prophezeiungskarten als Rune, wenn man sie braucht. Dieses hin und her in der Schlange geht mir so auf den Sack. Hmm. Na mal schauen, was da raus wird. Aledith, wenn du Bock hast, kannst du auch gerne mit mir reden. Die Monde geben diesen Hirn dran. Ich bin besiegt. Ich bin besiegt. Ich bin besiegt. Hm. Mal gucken, was du für einen Schusslaut kriegst. Kleine. Ein Dächter. Und Poppeler ist versteckt. Wer bist du denn? Ab in die Brasche. Was für seltsame Voraussetzungen. Das wird wunderbar. Aber an und für sich keine schlechte Karte für den Kaiserlichen. Autsch. War klar. Puh, jetzt kriege ich nochmal so richtig auf die Schnauze. Was für seltsame Voraussetzungen. Es ist genug für alle da. Damit habe ich gerechnet. Aber hättest du mich angegriffen, wäre das klüge gewesen, weil ich hätte sonst ihn sowieso angegriffen. Ach, das ist schon mal hübsch. Warum kriegt man keine Beute-Karte, wenn man sie mal braucht? Jetzt Beute, zwei ordentliche Ausrüstungsgegenstände und Goodies. Ja, ja, das ist das Klügste, was du tun kannst. Gleichzeitig tötet das unter Umständen deinen Löwen. Puh, mal gucken, was du machst. Ich bin zwar der Meinung, andersrum wäre es klüger gewesen, aber gut. Ich habe nur noch neun Live-Points. Ich habe nur noch neun Live-Points. Ich kann nur hoffen, dass ich einen guten Ausrüstungsgegenstand ziehen kann. Uhach. Und je, du hast einen Sturmangreifer oder sowas. Das hat sich erledigt. Schade, schade. Damit habe ich tatsächlich meinen Ringen gerade verloren. Oha, oha. Ach, man verliert hier nicht. Man bleibt so lange in der Schlange, bis man wieder rausgewinnt. Okay, gut zu wissen. Das heißt, man sinkt im Rang nicht, aber sie machen es einem extrem schwer, weiter aufzusteigen. Hm. Hm. Na, was bringst du denn? Mino. Ih. Puh. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Ach, grüß. War klar. War klar. Ah, fuck you. Komm schon. Ähm. Fünf. Du und das Stahlschwert würdet schon einiges an Damage machen können. Ich schreite wie der Wind. Talos. Feuer. Ah. So. Mein Gott, habe ich Karten-Nachteil. Da. Gott sei Dank habe ich dich gezogen. Und in diesem Sinn. Obwohl, der ist auch nicht dumm. Aber ich finde es noch eine Kreatur. Oh, klar doch. Der kriegt Prophezeiung. Geld oder Leben. Ausschwärmen. Allmählich hole ich auf und mache vor allem Karten-Messich ein bisschen Vorteil. Auf dieser Straße müsst ihr bezahlen. Na, wenn es das schon war, dann tut es mir leid. Ähm, ich hebe ich mir auf. Okay. Beihilf Ziele. Ich fühle euch an Ort und Stelle. So. Mal gucken, was ihr jetzt macht. Na. Na. Na, also wenn du sie nicht platt kriegst, dann ist das nur Sieg für mich. Selbst mit einem Wächter. Na, und ernsthaft dafür hast du jetzt so lange zum Nachdenken gebraucht? Gut gemacht. Um zu gewinnen brauchst du jetzt einen Wächter. Na, so ein Dreck aber auch. Ach, komm schon. Ach, du Kacke. Ach, die Kallen aus. Das wird wunderbar. Möge das Glück, Kashi, geworgen sein. Tut mir leid, du hast verloren. Also nein, tut mir nicht wirklich leid. Ich töte euch an Ort und Stelle. Das war eine spannende Jagd. Für Blut und Glaube. Maul auf. Gute, alte Ausrüstungskarten. Gold, gib mir mehr Gold. So kann ich die Solo-Arena betreten. Obwohl die Versus-Arena auch mal interessant wäre. Aber ich will erstmal die Solo-Arena schaffen, bevor ich die Versus-Arena packe. Und ich bin das letzte Mal am vorletzten Gegner gescheitert. Auch zu sehen in einem meiner Videos, falls ihr mal meinen YouTube-Channel aufsuchen wollt. Zeit für den Kampf. Angriff. Immer diese Fesselei hier. Na, wie entscheidest du dich? Irgendwie habe ich sowas vermutet. Ah, sehr schön. Ein Stahlpferd. Für Blut und Glaube. Was war das jetzt? Ah. Ich fress erstmal ein bisschen Schaden. Das könnte praktisch sein. Ich brauche nämlich neue Karten. Hä? Ähm, okay. Ja, das lassen wir jetzt mal so hin. Azura! Verleiht mir Stärke! Jetzt tun mir mal so richtig weh, bitte. Meine Schwerthand juckt. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Doch. Der Wald gehört uns. Ha! Sehr schön. Das wird wunderbar. Das wird wunderbar. Das wird wunderbar. Und wenn wir jetzt hier. Ja, ich bin in. Ich bin in. Ja, ich bin in. Wir bin in. Ich bin in. Und versteckt Oh je Na was wird's Verdeile wir bloß ein Hoppla Oh je Ich reite wie der Wind Hm Das könnte ich echt noch verlieren Das da sind jetzt erstmal 9 Damage Dann bleiben hier noch genau 5 Bis jetzt Wie dumm bist du Statt zu den Wolf Wo du die Wächterin geopfert hättest Ihhh Nein damit hab ich wirklich nicht gerechnet Ich überlebe mit einem Lebenspunkt Das gibt's doch nicht Echt jetzt Die einzigen beiden Ausrüstungskarten Die wirklich Gar nichts gebracht hätten Gut gespielt Für Blut und Glaube Ich bin besiegt Das Teil hätte mir den Sieg bringen können Diese beschissene Karte Na gut Ich bin gleich wieder da Ich bastel nur ganz kurz mal An meinem Deck ein bisschen um Ich hab ja vorher eine praktische Karte bekommen Und bin dann wieder da Und versuch nochmal die Solo Arena Bis später Ich bin gleich wieder